Hallo meine Lieben, da bin ich wieder. Willkommen zurück zu Linda Browns Interactive Story. In der neunten Episode ging es schon etwas rabatt her. Aber jetzt werden wir ja wissen, oder werden wir erfahren, wie es in Episode 10 der ersten Staffel weitergeht. Nach der Werbung natürlich. Schön, da hat sie ja gesehen, wie Bruno angebildet mit der Johanna da. Ein Paar ist. Von der Johanna eingefädelt. Na klar, sie hat doch gesehen, was du gemacht hast. Ja, wir werden sauer, natürlich. Also, es wäre so hintergangen, aber wir werden nicht wirklich zusammen mit ihm waren. Tja, Bruno, selber schuld. Oder gesagt, wenn du auf die Johanna reinfällst. Aber sieh nicht mit dir, ja. Ja, aber sieh nicht mit dir, ja. sind wir nach burgland zurück so sauer werden oder verletzt wird sagen wir werden sauer was passiert wir heben nicht ab ich denke mir das ist bruno da 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020